New York, 1922. Das Tempo der Stadt hatte sich stark verändert. Die Gebäude waren höher. Die Partys waren größer. Die Moral war lockerer und der Alkohol billiger. Die Rastlosigkeit näherte sich der Hysterie. Sollen wir? Wer ist dieser Gatsby? Kennen Sie ihn? Ein Kriegsheld. Mr. Gatsby existiert nicht. Gatsby? Welcher Gatsby? Ich bitte um Verzeihung, aber Mr. Gatsby wünscht Sie zu sprechen. Allein. Ich freue mich natürlich sehr, dich wiederzusehen. Ich freue mich natürlich auch sehr, dich zu sehen. Als ich das Vergnügen hatte, Mr. Gatsby kennenzulernen, entdeckte ich einen Mann aus bestem Hause. Sehr interessant. Alles in Ordnung? Ja. Du siehst immer so elegant aus. Der Mann mit den eleganten, schönen Händen. Sie muss ihm sagen, dass sie ihn nie geliebt hat. Ich habe gerade etwas Schockierendes gehört. Alles ergibt Sinn! Kommst du, Sportfreund? Wir brauchen dich. Ich wünschte, wir könnten einfach weglaufen. Mr. Gatsby, Sir. Nicht jetzt. Was für eine Unruhe steiften Sie in meinem Haus. Los, verschwindet! Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir gemacht. Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir gemacht.